Hallöchen meine lieben Freunde und herzlich willkommen wieder zurück zum Landwirtschaftsimulator 2015 und ja ich sitze immer wieder in meinem kleinen Apartmentzimmer und nehme mal eine Runde wieder auf. Ja wir müssen, wir waren ja in der letzten Folge, haben wir hier die Drille geholt und die werden wir jetzt erstmal auffüllen und werden dann mal anfangen damit eine Runde zu säen. Denke ich das ist eine ganz gute Sache und dann gucken wir mal wie es so weiter läuft. Also hier hat ja der Helfer schon ein bisschen gedrillt, deswegen mache ich jetzt hier einfach mal weiter. So, erstmal gucken wie das, irgendwie passiert ja nicht so viel ne. So, jetzt muss ich mal gucken. F-Licht abkoppeln, V heben. Okay. Fahrhelfer, GPS, B anschalten, Saat wählen, Sehmaschine aufklappen. Ah, die fährt noch irgendwie zusammen oder wie? Naja, irgendwas tut sich da auf jeden Fall und dann Y Spurenreißer. Na gut, dann nehmen wir den mal mit. Dann mache ich mal B, dann habe ich den gesunken und dann sollte das ja funktionieren eigentlich, oder? Ja, jetzt sieht das danach aus. Jetzt sieht das danach aus, Freunde. Die ist zwar jetzt auch nicht irgendwie so richtig groß und breit, die Sämaschine. Aber naja, was soll man machen, ne? So, ich stelle hier jetzt aber auch mal wieder den Helfer ein, ja? Damit wir hier unser... unser Ding häckseln können. So, ich muss erst mal einschalten. So, alles klar. Ey, ich muss ja auch mal wieder reinkommen hier in das Ganze. Dann dreschen wir erst mal das Feld hier zu Ende. Dann haben wir das auf jeden Fall schon mal safe. Dann gucken wir uns noch mal kurz die, ähm, die Preise an. Weizen mäßig 670, 681, 693 beim Hafen. 693, 693 ist das Höchste. Okay. So, das heißt, äh, das können wir ja vielleicht, äh, warten wir ja nochmal, bis das wirklich hochsteigt und dann können wir, ähm, dann haben wir, ähm, haben wir da auch was Gutes, ne? Dann kriegen wir da auch wenigstens was für. Aber jetzt müssen wir halt erst mal hier diese Dings abernten. Ich muss mal ganz kurz noch nebenbei gucken, düngen. Kriegen wir da irgendwas für? Spritze vielleicht 29.000. Das ist natürlich alles nicht so das, äh, Goldene vom Mai hier. Wenn wir hier irgendwas haben, wir auch nichts. Naja, gut, dann wird halt erst mal nichts gespritzt. Ähm, naja. Gut, äh, Leute, ich wollte euch noch sagen, ähm, wie gesagt, im Forum bei mir, bauelp.de, findet aktuell im Bereich Landwirtschaftssimulator 2015 eine Umfrage statt, wo ich euch bitten würde, einmal mit abzustimmen. Und zwar geht es darum, äh, den Community-Server für LS15 wieder an Start zu bringen. Und, ähm, wer da Bock drauf hat, ähm, kann dann einmal Ja oder Nein klicken. Also wenn ihr da Bock drauf habt, äh, dass der wiederkommen soll, dann natürlich ja und ansonsten nee. Ähm, das wäre halt ganz cool, wenn ihr da mit, äh, machen würdet, weil damit man auch mal so einen groben Anhalt hat, äh, ob sich das wirklich lohnen würde, jetzt das wieder an Start zu bringen. Oder halt eben nicht. Ähm, also ich persönlich, sag mal so, ich hätte da ultra Bock drauf. Ähm, gerade weil auch dann wieder viele mitspielen können und allgemein mal vielleicht dann auch ein bisschen was im Forum passieren würde. Ähm, aber das, äh, lasse ich euch die Entscheidung. Es wäre halt ultra cool, wenn ihr mal im Forum vorbeischaut und, ähm, und da, äh, abstimmen würdet. Das wäre auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool. Ähm, ja, das macht einfach mal. Ich versuche euch auch nochmal den Link in die Videobeschreibung zu posten. Das heißt, ihr könnt da einfach mal, schaut da am besten einfach mal rein. Und, ähm, und dann schauen wir mal, ähm, wie das, äh, wie das geht. Im Moment sind es auf jeden Fall schon drei Stimmen, die dafür sind und eine, glaube ich, dagegen. Aber das ist auf jeden Fall schon mal ganz cool. Und wenn halt die Mehrheit dafür ist, äh, dann werde ich auf jeden Fall wieder einen Server, äh, besorgen und an den Start bringen. Ja, das ist auf jeden Fall so eine coole Sache. Und vielleicht können wir dann ja auch im Forum, sag ich mal, ein bisschen abstimmen oder halt, äh, Mod-Vorschläge und sowas sammeln. Und da halt so einen Bereich machen, wo man dann halt auch ein bisschen drüber diskutieren kann, ob jetzt ein Mod drin ist. Vielleicht kriegt man ja auch wieder ein kleines Team zusammen, was so standardmäßig spielt. Das wäre halt so ziemlich cool und wäre halt eine geile Idee, so an und für sich. Ne, dass man dann halt irgendwie so eine Stamme-Belegschaft, äh, huch, so eine Stamme-Belegschaft halt, halt irgendwie hat und, äh, mit denen dann halt zocken kann. Und, ne, die Zuschauer von euch, also ihr könnt dann halt auch, äh, mit dabei sein, wenn ich, sag ich mal, aufnehmen sollte oder solche Sachen, dass ihr dann halt da auch irgendwie, ähm, natürlich auch von profitiert. Sag ich mal so, ne? So, mein Ding ist voll, wo ist der Hänger? Ah, den hab ich jetzt nicht da hinten ernsthaft geparkt, oder? Na gut, dann nehm ich den mal schnell mit, hier. Döp, 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 dann cruisen wir mal schnell, boah, übers Feld. Ja, ich hab vorne ja auch das Gewicht dran. Bam, bam, alter. Was ist denn los hier? Hüpf, 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 hüpf. Wer stellt denn hier so bescheuert den Dings ab, äh? Was soll denn das? So, jetzt haben wir das. Ganz schön neblig hier heute. Aber, das ist auch nicht schlimm. Oh, Gerste geht nach oben. Warte mal, Gerste, Gerste, Gerste. 743. 49, 795 beim Güterbahnhof. 931 beim Landhandel. Das ist natürlich schon unbeschlagbar, ne? Beim Landhandel, wo ist der Landhandel? Ist der hier irgendwo in der Gegend, zufällig? Äh, Metzger, Landhandel, der ist da oben. Vielleicht sollten wir erstmal schnell ne Runde Weizen da hochfahren. Ich glaub, das mach ich mal schnell. Einfach damit wir auf jeden Fall Geld bekommen, weil das brauchen wir halt im Moment, um mir so ein bisschen Fuß zu fassen in dieser Karte. Huch, aussteigen wollte ich doch gar nicht. Ich wollte hier ein bisschen, ein bisschen Gerste mit haben. Ein bisschen Gerste für auf dem Weg wollte ich haben. Dankeschön. So, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt muss ich am besten... Am besten fahr ich jetzt hier auf die Straße, ne? So, was in die Richtung hier. Oh, hier ist ne Baustelle. Oh, 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 oh. Ich hänge. Okay, nicht mehr. Alles safe. Alles safe hier. Ja, da ist alles frei, ne? Die Ampeln werden auch nie grün. Also können wir da auch drüber fahren. Jetzt nur noch geradeaus eigentlich, alles klar. Das sollte zu schaffen sein und dann... Boah, scheiße, der Preis geht wieder runter. Also nicht direkt runter, aber steigt auch nicht mehr. Na ja, trotzdem geben wir das da jetzt ab. Egal. Egal wie das jetzt ist, wir geben das da ab, Leute. Ich habe verstanden. Wir geben das da ab. Das sieht schon geil aus. So, dann sind wir, glaube ich, schon da, oder? Das ist doch schon hier unser Land. Landhandel. So, und abkippen. Sehr schön. Plus 7000 haben wir bekommen. Stand da sogar. Ausgabe hopfen. Das ist natürlich geil, dass er das auch anzeigt, wie viel man jetzt dafür bekommt. Das gefällt mir. So, und dann fahren wir mal ganz schnell wieder nach Hause. Und dann würde ich mal schauen, was da noch so abgeht auf dem Hof. Weil dann müssen wir auf jeden Fall unseren Drescher abtanken. Und können dann das Restliche da weiter dreschen oder halt fertig dreschen. Und dann können wir mal gucken, dass wir bald mal eventuell, ich gucke das mal eben kurz nach. Sekunde. Das interessiert mich jetzt ja mal gerade. Okay, 21.000, wenn ich jetzt das verkaufen würde, dann habe ich nochmal 10.500. Das heißt, ich hätte 7.38.000 ungefähr. Dann könnte ich mir genau das leisten. Scheiße. Oder. Hm. 34.36. Ah, Mann. Ich wollte ein größeres Schneidwerk eventuell vorm Drescher besorgen, dass man einfach schon mal mehr dreschen kann. Zwar mit dem kleinen Drescher, aber dafür kann man halt dann einen weiteren Weg. Aber wir lassen das erst mal so. Und besorgen uns auf jeden Fall erst mal ein bisschen mehr Geld. Und bewirtschaften erst mal was. Weil wir können ja nicht die ganze Zeit auch nur kaufen. Ich bin ja da so ein Profi drin, immer im Kaufen. Ihr vielleicht schon merkt. Aber, äh, man muss ja auch, wo? Man muss ja auch, äh, ein bisschen was, äh, vorher dafür leisten. So, hier ist, glaube ich, irgendwo, da ist die Bank. Dann gehen wir da mal kurz vorbei. Schau, äh, guck, gucken wir mal vorbei. Ja. Geil, ich kann sogar leihen. Ah, scheiße, jetzt habe ich das zurückgezahlt. Ich wollte doch leihen. Ich wollte doch was leihen, Leute. Ich wollte was leihen, wollte ich. So, 127.000, guck an. So, da können wir doch mal schon mal was daraus zaubern, ne? Was kostet der? Der kostet natürlich viel, viel mehr. Ähm. Was ist jetzt der klügste Schritt? Der klügeste Schritt ist eigentlich... Eigentlich erst mal den, den Dings hier abtanken. Warte mal, ich muss jetzt mal eben kurz, äh, hier ein bisschen für Klarheit sorgen, Leute. Passt mal auf. Erst mal hier schnell nach Hause fahren. Ah, ne, hier geradeaus. So, dann können wir nämlich mal gucken. Leute, ich würde sagen, ähm, in der nächsten Folge geht es dann weiter mit, ähm, dem Vorhaben, was wir hier so machen wollen. Äh, bis hierhin war es das aber erstmal, weil ansonsten habe ich wieder diese Probleme mit dem Hochladen. Also bitte versteht mich nicht falsch, ich hätte noch Bock viel länger zu machen, aber ich musste es ja auch irgendwie hochgeladen bekommen und die letzten Tage gab es schon so die ein oder anderen Schwierigkeiten, weswegen das so lange gedauert hat. Ähm, aber wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst liebend gerne einen Daumen nach oben da, schreibt was Nettes in die Kommentare, würde mich auch super freuen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, bis dahin, Leute, macht's gut, haut rein, euer Bauer, ciao, ciao.